Heute beschäftigen wir uns mit Chrome Audits. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um Chrome, beziehungsweise um die Chrome Developer Tools. Viele von euch kennen sie, es ist dieses schöne Fenster, was an der Seite aufblendet und euch viel Stuff erzählt und ganz Praktisches zum Entwickeln. Und das ist auch der Grund, warum ich Chrome nutze und nicht irgendeinen anderen Browser, weil einfach die Developer Tools so unfassbar gut sind. Firefox ist ganz okay, aber alle anderen Browser kann mehr oder weniger in die Tonne treten. Aber Chrome hat noch viele nettere Funktionen und zwar eine relativ neue Funktion, und zwar die Audit oder Developer Audit Function. Und die werden wir uns heute mal etwas genauer ansehen. Also los geht's und viel Spaß! Soon los geht's mit dem heutigen Video. Heute geht es darum, seine Webseite zu testen. Und viele von euch kennen solche Seiten wie zum Beispiel hier die Standardseite von Google zum Testen von strukturierten Daten. Pingdom, einfach ein kleiner Speedtest, der eure Seite durchleuchtet und sagt, was damit alles nicht stimmt. Oder Page Insights, eine Seite, die von Google kommt und im Prinzip auch die Seite durchleuchtet und euch auf Fehler hinweist und so weiter. All diese Seiten haben ein Fundament, auf dem man aufsetzen kann. Allerdings können die alle nur so ein paar kleine Sachen machen. Das heißt, beispielsweise Google Page Speed testet hauptsächlich den Page Speed und sonst nichts anderes. Und viele andere Tools sind auch mal ganz spezifisch auf eine Testebene. Was man aber machen kann, man kann alles auf einmal testen, ohne ein Programm zu installieren oder um überhaupt seine Testseite zu verlassen. Und zwar in dem Moment, wo ihr auf einer Seite seid, könnt ihr entweder mit rechter Maustaste untersuchen oder einfach STRG-Umschalt-Taste I oder noch einfacher, einfach F12. Die Entwickler, die Developer-Konsole öffnen, die wird vermutlich bei euch mit diesen Elementen beginnen. Und hier oben gehen wir in der Tastleiste hier rüber zu Audits. Da klicken wir drauf. Audits ist im Prinzip ein neues Tool von Google. Ich suche mal etwas ran, dann kann man das ein bisschen besser sehen. Und zwar bietet Audits die Möglichkeit, hier drin jetzt einen Test laufen zu lassen. Das heißt, wir können hier entscheiden, wollen wir mobil oder Desktop? Wir wollen Desktop. Wir wollen Performance testen. Wir wollen keine Progressive Web App testen. Wenn ihr das bei eurer Seite testet, dann wird die wahrscheinlich, werdet ihr mega viele Fehler ausgeschmissen bekommen, beziehungsweise ein schlechtes Ergebnis, weil ihr keine Progressive Web App gebaut habt, sondern eine Webseite. Deswegen könnt ihr das ausklicken, wenn ihr beispielsweise aber Ionic Apps oder Flutter Apps oder so etwas testen wollt. Oder Angular React Anwendungen oder so etwas ähnliches, dann sollte man das hier anklicken. Hier drunter Best Practice. Das wollen wir natürlich auch mit drin haben. Warum denn noch nicht? Accessibility. Können Blinde unsere Seite sehen? Können Leute mit Sehschwäche unsere Seite sehen? Sind die Kontraste gut leserlich? Sind wir ready für Screen Reader? Und so weiter. Was heißt, das wollen wir auf jeden Fall drin haben. Dann SEO. Wer will nicht gefunden werden im Web? Und hier können wir noch simulieren, ob wir irgendwie ein bisschen langsamer einen Rechner simulieren wollen. Außerdem wollen wir alles löschen, was vorher von der Seite bekannt ist, damit wir wirklich einen Clean Run haben. Was heißt, wir lassen das Ganze jetzt einfach mal laufen. Und ich springe mal eben zum Ende, weil sonst dauert das etwas. So, wir sind jetzt zum Ende dieses Tests gesprungen. Und ihr seht jetzt, wir kriegen hier oben schon mal Werte ausgegeben. Das heißt, Performance nur 42. Accessibility ein bisschen besser, 73. Hier Best Practices 87 und SEO 89. Aber das ist alles nicht wirklich gut. Ihr solltet versuchen, eure Seite immer so auf 90 bis 100 zu bekommen. Wirklich 100 zu kriegen, ist mehr oder weniger Glück oder extrem viel Arbeit. Weil es gibt zwei Faktoren, nämlich einmal Punkte, die hier als Kritik aufgewertet werden, muss man manchmal einfach setzen, um die technische Gegebenheit einfach, die die Seite liefern soll, die technische Funktionalität bieten zu können. Das beste Beispiel hier findet sich unter SEO, unter SEO sage ich schon, unter Best Practices. Was heißt, nein, das ist es nicht, sondern das hier. Links to cross origin destinations are unsafe. Das heißt, hier soll man entweder rel no opener oder rel no referrer mit in den A-Link schreiben, wo man zum Beispiel hier jetzt einfach einen neuen Tab öffnet. Das ist eigentlich ganz praktisch. Allerdings will man nicht immer so etwas drinstehen haben, wenn man hier beispielsweise zu anderen Domains verlinkt, die einem aber vielleicht auch selbst gehören. Weil so wird man im Prinzip, ja, wer da mehr zu lesen will, liest sich das einfach durch. Das ist jetzt ein Thema für sich. Aber wie gesagt, nicht alle Punkte, die hier drin stehen sollen, muss man wirklich umsetzen. Das sind alles mehr oder weniger Ratschläge. Aber es ist sehr praktisch, weil ihr seht hier einmal bei Performance seht ihr jetzt, okay, das Ganze hier ist sehr langsam. Das heißt, irgendwie First Content Paint ist nicht so doll. Dann auch hier First Meaningful Paint ist auch nicht wirklich viel besser. Und First CPU Idle, was heißt in dem Moment, wo der CPU nichts mehr machen muss, passiert erst nach 7,2 Sekunden, was bei Mobile nicht so sonderlich der Hammer ist. Das sieht man ja auch hier in den Werten, was heißt 42 ist performance-technisch, ja, nicht so gut. Hier kann man jetzt Opportunities, was heißt, okay, diese Möglichkeiten haben wir jetzt, unsere Seite zu verbessern. Was heißt, erstmal können wir hier 5,4 Sekunden verbessern, bessern, wenn wir einfach diese ganzen Bilder, die hier drin stehen, alle optimieren. Was heißt, guck mal, wir können hier von 13 KB auf, also 10 KB einsparen auf 3 KB runter. Was heißt, hier oben sieht man Potential Savings, also das, was wir einsparen können. Dann können wir hier auch noch sagen, okay, wir haben hier verschiedene Elemente, können wir die irgendwie als Payload clustern, damit die gezielt darunter geladen werden können. Was heißt, ihr könnt euch hier so durchklicken, mehr oder weniger bei den Opportunities, um eure Seite zu verbessern und damit euch einen Performance-Vorteil zu erschaffen, sozusagen. Dann andere Punkte sind zum Beispiel hier bei Diagnostics, können wir sagen, okay, irgendwas stimmt hier bei der Execute-Time nicht. Was heißt, dieses Skript hier zu executen, dauert einfach 1,6 Sekunden. Das ist echt lang. Was heißt, hier kann man definitiv eine ganze Menge sparen mit beispielsweise Async and Await, dazu gibt es bald ein Video, das ist ein sehr mächtiges Tool, oder dass man direkt mit Workern arbeitet, um diese Last aufzuteilen, um diese Skript-Evaluation deutlich runterzudrücken. Aber das Ganze ist, wie gesagt, nicht so simpel und muss man gezielt noch einmal genauer angehen, wenn man das machen möchte. Diese ganzen Punkte könnt ihr also einfach ein bisschen aufteilen an verschiedene Punkte und das Ganze optimieren. Bei Accessibility finde ich eigentlich den interessantesten Punkt einmal außer diesen Standardpunkten hier, wie zum Beispiel Tab-Index, der zum Beispiel sagt, kann ich mich durch Tab durch ein Formular durchklicken beispielsweise, oder man hat einfach hier den Titel vergessen. Aber das Interessanteste finde ich eigentlich diese Funktion, nämlich Color, Contrast, Satisfactory. Das heißt, hier werden mir die einzelnen Elemente aufgezeigt, die mir zeigen, okay, das kann man nicht so gut lesen. In diesem Beispiel hier, About the Marketplace, das ist hier ganz oben, das ist dieser Knopf, der ist nicht so gut zu lesen, laut den Statistiken, die Google hier als Gegenwert hat. Das heißt, dieser Blauton auf Weiß ist nicht optimal. Hier könnte man überlegen, will ich da wirklich diesen Weißton, also diesen Blauton nehmen, oder könnte ich nicht auch diesen Blauton hier nehmen, diesen dunklen oder diesen dunklen Ton, um das Ganze einfach mit besserem Kontrast zu unterstützen. Auch das Gleiche gilt für hier, muss das wirklich blau sein, kann ich das nicht auch schwarz machen, um einen besseren Kontrast zu gewährleisten. Solche Punkte werden hier aufgelistet, ob man sich daran halten möchte, ist natürlich immer mal dahingestellt. Es ist aber ein netter Hinweis, wenn man so etwas hat. Dasselbe gilt auch hier unten bei SEO, beispielsweise hier, das hat keinen Titel. Das sollte man auf jeden Fall ändern, jede Seite sollte einen Titel haben, das ist innerhalb von zwei Sekunden erledigt und hat keinerlei negativen Effekt. Dann steht hier ohne mich keine URL mehr drin, sondern ein Wort. Das sollte man auf jeden Fall machen, was heißt, im Tab steht dann einfach ein normales, ein normaler, ja, Tab halt, der Titel einer Seite. Andere Punkte, wo wir das manuell checken können, ist Mobile Friendly. Zum Beispiel hat er gesagt, okay, es passt und hier sind ja auch relativ gute Werte zu erzielen. Was heißt, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele hiervon jetzt, wenn man das wechseln würde, wie viel davon was bringt. Ich vermute, dass man dann weit über 90 Prozent kommt, wenn man hier einen Titel drin hat, weil das ist schon ziemlich essentiell. Aber wie gesagt, das ist Google Page Audits. Ich kann nur empfehlen, es einfach mal auszuprobieren mit eurer Website, mit euren Projekten. Es erspart einem eine Menge hin- und hergeklicken und ist ein absolut praktisches Feature und es gibt eigentlich keinen Grund, es nicht zu nutzen. Finde ich zumindest. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.